Ein epochaler Kennen-Skin Ich bin nur froh, dass die Gegner keinen genau gepickt haben Das ist echt Mein größter haste Champion auf der Top 1 Are you a nice gamescon skin? Yeah Das wird nicht immer wieder gut, die Bot-Länder natürlich wieder Bronze 4 Jawoll endlich mal im Pring End Das hab ich komplett vergessen letzte Runde, das nachzugucken Ich find Bot ging eigentlich, also im Erd zu sein Die sind auch voll Pre-Made Die sind auch voll Pre-Made Einfach bei Expected Match-Ups Einfach mit Freirates inzwischen kennen und sowas Die sind auch voll Pre-Made Also ist unsere Bot-Lane echt B2 oder was? Ähhhh Der Braum ist Bronze 4 und der Ezreal ist Silver 4 Die sind auch voll Pre-Made Der Victor ist Bronze Und dann haben wir unsere Bronze Die Kay ist Bronze in der Silver 5 Ziemlich Bronze 1 Der an mich Keiner hat seinen Main aber Das überrascht mich Außer Ezreal Ezreal hat den Must-Rolli Rank 5 Das ist normal Wir spielten da schon Mains Hätte ich von Anfang an gewusst Hätte ich von Anfang an gewusst Unsere Leona ist der dritte Main Hätte ich auch gar nicht die ganzen Champions hier gespielt Ist doch egal Geil Dann hätte ich hier APS und so ausgepackt Genau deswegen haben wir es dir nicht gesagt Ey meine höchste Win-Statistik habe ich mit Trollpicks Also ich will gar nichts hören Na ja hier habe ich glaube ich auch mit Trollpicks das gleiche Fucking Fizz Support Hm Da wo vorher der Lee Sin Support war Das fand ich auch nicht so geil um ehrlich zu sein Ähh Ordentlich Damage gemacht Das eine hat mich daran Alles da und Fizz Alles da ähh Support Fizz ABC Das war das stärkste Level 3 Engage Was man haben konnte Gefühlt Ist das nicht Logisch wenn ich Kale einen Outtake Tag gebe Dass ich erstes Blut habe Oder es nahe Oh Bewusst dass die mich sehen Hahahaha Hahahaha Dafür ist es ja auch weit gekommen Hahahaha Gehen wir kurz weg zum Heim Echt jetzt? Jaah Ich bin ja gleich wieder da Ich lieber mit mir hier in den Buschen rein Oh, meinst du die laufen da rum? Oh ja Wer soll Kevin dem hier Haju helfen? Kann ich gleich zu dir kommen? Boah, das schaff ich nicht bis um 30 Aber ich glaube echt nicht, dass die durchlaufen Hälfte die wohl nicht Ich bleib mal stehen und guck Du hast das Blut vergessen Wer hat das Blut vergessen? Was ist hier, wächst Drehblatt Ja Alex nicht Stimmt, du machst dir kein Schaden am Anfang ja auch Halte Leben weg hier wegen so einer Aktion Ja und, du kriegst ja wieder Walten Jetzt sind die von uns alle zwei Geräte Ja nice Er verliert jetzt voll die Leben mann Du wirst schon einen dicken Alex, dann lass ich dir nie den Fuß Puh Easy, Kramus hat gleich raus Guck, passt wieder vor der David Marvin Ja nice Ja ich weiß Ich habe keine Ahnung, wer da mehr Damage macht, also wenn er seine Kuh nicht trifft, bestimmt ich sie. Ich weiß es nicht, also, ich werde es so sagen, wenn die Kuh daneben geht und er direkt wegflasht, also weg, springt mit E dann wahrscheinlich, oh shit, ich weiß halt nicht, wie viel Damage von hier vom Brownie kommt, ne? Der hat irgendwelche komischen, krassen Scheißen. Ich wollte es mal sein lassen, der hat krasse Tränke, der Typ. Aber wir gehen ja schon auf den extra, weil der Flasht ja eh weg, den Pau. Das ist wirklich, da ist sein Baum allein. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er, wenn du auf den Springst, geht er direkt, oh, da bin ich mir eigentlich echt sicher, damit er abhaut. Gut. Hm, der ist gar nicht weg, Marvin. Hm, na doch, der hat sich schon weggesprungen, aber... Ah, wie damnlich schon wir gewesen, ich hätte da nicht reingedurfen. Oho. Fuck. No, man. Warum ist das da top denn? Nee, ich hätte da niemals reingehen dürfen. Oh shit, verkackt. Ah, ja, wir werden wieder wegfladen. Wir sind echt zwei Kills gegeben, oder was? Ja. Gut. Hä, ich hätte da niemals reingedurfen. Das war nix. Fettendärmliche Aktien. Nee. Hast du auch abbautlich Schaden gekriegt irgendwie von dich? Ich hatte von Anfang an nicht viel Leben, das war's Problem. Ja, okay. Ja, jetzt können wir schon noch drehen, Pottfield. Naja, Level 6 da. Ja, der springt auch wieder weg, weißt du? In dem Braun will ich nicht unbedingt Fokus und alles hier. Das muss jetzt nicht so sein. Was hat er? Er hat Tränen und Diggi. Kann ich jetzt reifen oder will ich nicht aufgehen? Ja, muss das wahrscheinlich schon hin, ja. Weil der ist Level 6 mehr auf Top, ja. Ja. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Macht ja nichts. Ja, vor halbem Leben schon wieder weg. Im Kotzen. Also. Kann ich nichts machen, sorry. Bei Flash. Tscheche wird sagen, die Botlane war es jetzt. Ah, ich meine, er hat gerade Dingsden-King gekriegt, aber... Er hat schon Level 6 gekriegt. Ach, fuck off. Ich glaube, wir brauchen auch schon ein bisschen Hilfe. Ja, aber es ist halt schlecht zu machen. Er hat schon vorgenommen, da nicht zu gehen, aber... halt wo einer von mir ist. Vielleicht auch nicht. Er tut mir da ein Null-Schaden. Alles. Kommt ein Bot-Field. Gott sei Dank. Ah, der Dragon. Ja, was sollen sie denn machen? Unten müssen sie ja noch mit dem Gesicht durch die Tastatur rollen. Sie sind Level 6, ich bin Level 4. Ach mal, ist der eigentlich Api oder was? Nein, aber wer hat Glanz? Ja, aber Glanz tut es nur auslösen mit dem Auto-Attack. Ja. Oh, ach, die kommen an, Hansi. Huhuhu! Ja, die kommen Bot-Field auch. Ich bin mal. Ich bin mal. Huhuhu! Ich hab mein Evo-Pils! Nee, ne? Häuhu! Oh Gott! Ich hab versucht, mich voll in Gold zu machen mit Flash! Hallo, sie. Ich hab ein Flash raus! Ich liebe mein Leben! Was denn? Kannst du jetzt da stehen bleiben und sterben oder wieder ein bisschen zurückkommen? Ja, und flüttbar. Ja, und jetzt? Vier Kills! Oh Gott! So lächerlich! Ach, der Jewe ist auch so ein Schaden. Herr 97 Adi und es kommt halt so ein Schaden. Glanz! Nein, das Glanz poppt doch nur bei Outer-Tricks. Hm? Aber nicht? Das wird bei Fähigkeiten ausgelöst. Und ich dachte erst beim nächsten Outer-Attack. Ja. Wenn jemand eine Fähigkeit macht, dann der nächste Outer-Attack. Ja, und wenn der den nicht macht, dann löst es sich aus. Ja, aber das trifft ich doch die ganze Zeit mit Outer-Attacks. Nein! Das ist ein Q gewesen, das was er gerade gemacht hat. Raus, Marvin! Raus, Marvin! Nein, den kill den immer noch nicht. Nein, den kill den immer noch nicht. Sauer, lächerlich. Ach! Sorry Hans, ich war gerade mit den Augen bei Butt. Ich bin da Richtung Runde gelaufen, ob ich da helfen kann. Ja. Und sich nicht mehr zu helfen. Bei mir ist SS. Ne, der ist wieder da. Ich bin da nicht. Keiner hat Flash raus und stirbt. Naja. Man wirkt dort Flash raus! Ja der Ramos kommt da hoch auf Top. Oh je. Misi, shop Ramos. Der war mined. Ramos ist voll weg. Ja, den hast du nicht geschafft. Wow, boah, das war nice. Bot fehlt wieder. Noo, jetzt kann ich auch noch brauen! Ja, Bot fehlt. Juhu! Juhu! Überlebt! Irgendwie! Fuiuiui! Oh Gott! Nicht die... Dort. Also ich liebe es gegen Champions zu spielen, die kalten können. Hm. Trennen, Marvin. Hm. Hm. Oh Gott, Al. Nein, wir müssen warten bis H.I. runterkommt oder Mitte runterkommt. Glaub ich, oder? Alex, was meinst du? Damit drei Leute sterben? Ja, so in etwa. Okay. Okay. Der ist zwei Leute über mir. Der braucht zwei Qs und die Ulti und ich bin auch unter einem wahrscheinlich dritten Leben. Ich auch. Pass auf, die haben Zweck jetzt. Also ich bewege mich mal nach unten. Okay. Okay. Wenn ihr rein wollt, könnt ihr rein. Ja, Alex muss rein. Ja, dann Ali... Ja, geh mal. Wurps, Cesar. Lauf mal rein, Kevin. Okay. Okay. Oh, come on, ey. Hm. Egal, war gut. Habt ihr irgendwas gegen Used Flash oder sowas? Ne, oder? Nö, ich nicht. Nur meine Ulti-Olt. Ja, gut. Ja, Ulti-Olti auch gesetzt. Aber doch gut. Naja. Ja, es ist halt so, Alex. Halt ein Kill. Sehkraft. Bei mir ist SS. Ne, der ist wieder da. Oh Gott. Ja, hinter uns. Okay, gegen den. Ja, ich geh mal weg. Ja, ich geh mal weg. Ja, jetzt auch. Was? Oh, der Hammer. Ist das Modi hier drin, oder? Nehm du das. Oh. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Gar nicht ehrlich. Wir machen gleich Tracks wahrscheinlich. Das ist einfach so dämlich. Abgeformet. den Charismas. Ach Gott sei Dank. Die Kammer sind echt hoch. Ich denke eher die Farm ist gerade in der Mitte, aber jetzt gehen sie zum Trake, ja. Trave ist missing. Gucken wir halt mal. Mein Victor kommt auch. Ja guck mal, die haben Trake. Wir sollten raus haben sie, wuhuuu. Ich kann zu sehr... Geh weh. Oh, geh rein, geh rein, wuhuuu. Fuck, komm ich ran. Achso, du weißt gar nicht mich. Doch, doch, eigentlich schon. Achso, ja dann. Oh, das ist jetzt bitter. Ich hab das schon. Ich kann wieder auf die Top gehen, oder? Nein! Ich bin. Ja, Mann. Puh. Und wieder Zug auf die Top, Mann. Und jetzt kommt Paum auf die Mitte. Nein! Boat lane ist jetzt mit lane. Ja, deswegen mal. Tauers steht also nicht mehr, da? Ich bin mal auf den Weg. Ich hab das erst. Hä? Ich hab grad noch keine Ulti. Was? Ich hab auch keine. Ich bin da echt nicht auf den Weg. Sechs. Ich hab. Ich hab meine jetzt mittlerweile auch. Ja, nice. Jetzt sind sie nur noch zu fort. Wuhuu. Wo ist das? Oh, tschüss. Hä? Wen hat... Achso. Den P-Kon. Ja, geht doch bitte nicht auf den Tank. Ja. Ich bin nicht hin. hingekommen was soll ich denn machen zwei sind tot und hätte es doch vielleicht wieder sagen können dass sie da rein geht keine blöden statt vorsagen ja aber ich mein ihr habt da an dem gegnerischen tower gefaltet also so schnell bin ich da echt nicht da du weißt schon dass der typ rücken kann wenn ich den tank fokusser wenn kein anderer da ist das team falls können wir schon gewinnen wenn wir ordentlich unsere ultis treffen und alex nicht ich hab meine getroffen war trauernd irgendwie nix ich hab schon gegen das gestürzte königs nicht so schlimm schade das knapp da ist braum bin ich bei euch bin in der mitte mit laufzeug die haben mich nicht gesehen glaube ich habe in zwei sekunden ulti falls da rein nein 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 wir sind zu zweit die sind zu dritt du weißt nicht wie du zählst du hast doch gerade gesagt die ist achter und deutsch gesagt wir sind zu zweit ja ja ich hab verstanden die sind zu zweit wenn es alex der einzige zuerst reingeht hat der gerade auch nichts gebracht karl ist auf dem weg karl ist auf dem weg ja karl komm zu uns karl ist ein bote ist eine karl ist karl ist ich hab mir auch mal aufpassen wuuhuu hinter mir Achtung macht verdammt ihr wenn er jetzt schluss ekelhaft das komplett klassische teams da es geht weg irgendwie weil ich könnte jetzt nicht feiten Achtung, keil, keil, wenn dann, aber geht raus, geht raus, geht raus, geht raus, geht raus, geht raus, ich hoffe, dass es noch rauskommt. Gehst du rein? Ja, wahrscheinlich noch rauskommt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, Leute. Wenn wir das hier ansagen könnten, wäre es nett. Keil macht gut Schaden. Hey, willst du ihn, was? Ja, ich bin glücklich. Ne, dann nimm du ihn. Der ist der erste Wisschen. Der ist der erste Wisschen. Drake 5. Ja, wieso habe ich den jetzt gekriegt? Bring den. Er ist top. Braun. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin am Arsch, Leute. Ach, Mann. Komm schon, stirbt noch. Nein, einticken. Ich bin mir schade. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. hast du davor geflasht? ja, jetzt helfen wir aber lieber irgendjemand toppen ich hab kein drake ja warte, ich bin da, ich bin da, ich kann drake machen lebe wieder fuck der jungle ist tot achtung, ich hab auch keine ulti botlane? mittlane? botlane? oh 3 gehst du drauf? nein ersten 10 Sekunden hab ich wieder ulti ja es reicht doch mit dem Pokese an der Scheiße einfach hinter den Minion stehen könnt ihr ja nichts machen ich versuch das ja ja du stehst links vor den Minions ich versuch das ja ja ich steh da, ist klar er hat gesagt, er versucht es nicht, dass er es macht du musst zuhören Kevin besser ist bei Hansi ja 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 Das hätten wir schon früher weg können. Das Ei ist eigentlich komplett gerade überlebt dann oder ist auch noch gestorben. Achtung. Wow, sind alle wieder hier. Alle beide. Nope. Dürfen echt nicht solo laufen irgendwo. Ja. Egal, ich hab auch einen Flash bekommen und null. Und das WUHUHU. Ja man, wie war das nicht mit solo laufen? Ja, top tower ist down. Spielen wir uns halt einfach gerade gegen die Wand. Waren sie schon die ganze Zeit. Ups, da steht ein Worte. Ich bin halt auch immer nur zu zweit eigentlich. Deswegen verstehe ich es gar nicht so direkt. Ja, aber wir rennen dann zur 5. Da haben wir einen Eindruck hinterher. In der Zeit machen sie sich halt einen Tower. Mit so steht ein Keil unten. Okay. Ja, das blüht doch schon halt alles. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, wir sollen nicht alleine laufen. Und jetzt, wir klatschen. Na, jetzt geht die auch noch auf mich. Ja, vorhin dann zu uns. Danke dir. Was erwartest du? Ich hab keine Ult. Ich hab keine Ult. Ja. Aber ich komm gerade mal zurück. Ich bin mal mit Tower wieder. Ja. Ich spür, dass ich da ein Botline halte. Waren wir das nicht vor. Ja. Wir haben kein Wort mehr. Oh, da ist es. Hier sind sie. Ja. Ja. Faren? Faren macht er den oder macht er nicht? Wahrscheinlich nicht im nächsten Mal. Also hat er nicht. So. Wie, der Pushtrat. Ich wäre bei der Keil noch nicht mal sicher. Ich brauch mal schnell noch ein Lebensfarb. Red Buff machen. Nein. Ich kaufe erst kurz. Zwei Mitte. Bis dahin ist der nicht mehr da. Ach so. Terry geht bei der Seite Ah, die machen Tracks, also die berechnen sich für Tracks vor Und da kommt das Killer-Team Die haben noch was drum vergessen Hätten wir eigentlich fast drauf gehen können Fast aber noch Sind wir alle da? Oh shit, oh, Alter Sollen wir rein oder nicht? Ja, ich wär grad unsichtbar Jetzt gleich nicht mehr Gehen halt so auf einem Haufen die Na gut Komm Keine Stau Nö 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 Doch einer gestorben Nö 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 Soll ich ist halt auch echt schon halbe